Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Die World of Heroes ist ein Zusammenschluss von fünf Unternehmen, fünf Partnerunternehmen, die sich letztes Jahr zusammen gegründet hat zur IAA Nutzfahrzeuge. Und die World of Heroes hat sich auf die Fahne geschrieben, das Image der Transportbranche, also ganz besonders die Fahrer, die Spediteure, die Logistiker, alle, die täglich eben in der Branche arbeiten, das Image zu verbessern. Wir wollen alle diese Personen ganz besonders wertschätzen mit unserem Produktportfolio, was wir in der World of Heroes anbieten. Und die World of Heroes besteht aus der Euroleasing. Die Euroleasing vermietet Fahrzeuge. Das Unternehmen BFS. Die BFS vermietet Spezialfahrzeuge. Das Unternehmen Truckjobs. Truckjobs bringt Fahrer und Spediteure zusammen. Das Unternehmen Truckparking. Die bieten Parklösungen an. Und das Unternehmen Lockpay. Die Tank- und Mautlösungen anbieten. Und so vereinen wir eben ganz viele unterschiedliche Dienstleistungen zu einem gesamten Portfolio. Und der Kunde kann somit eben ein Fahrzeug mieten, kann gleichzeitig aber auch zu Truckjobs gehen, hat die Möglichkeit, sich ein Fahrer zu suchen. Und dadurch bieten wir eben ein Rundumpaket an. Und es gibt nicht eben nur diese eine Dienstleistung. Und das findet hier sehr wenigstens. Und das ist dann ein Rundumpaket. Und das ist dann auch mit der Kunde. Und da gibt es die Morinstobços. Oh! Und da ist doch bei uns sehr viel sinkerkennig.